Niiiice Und kein Platz, was war heut'n der Taune? Irgend'n Sitzling Weg damit Wie viel Dias? Ja, das ist... Keine Dias Ein bissl Leipzuli Hier sind ein Haufen Endermans bei mir Nicht die Endermans angucken Nicht die Endermans angucken Nicht die Endermans angucken Schön auf'n Boden gucken, schön auf'n Boden gucken Mehr Eisen Noch mehr Eisen Gehen wir mal hier lang... Oh, ich hab Gold gefunden Sehr geil Ich habe nicht mehr zu essen, ich muss mal was braten Boah, da ist viel gut So, erstmal ein bisschen was Essen machen hier Steaks So, ich bin mal ganz ganz kurz weg Ich bin gleich wieder da Und ich habe Redstone Noch mehr Redstone So, Redstone habe ich auch schon gefunden Das braucht man auch für die Goldschaltung, das ist sehr gut Mann, der findet alles, nicht hier nur Eisen und Kohle Ist doch kacke Ne, ich habe es mal Red gefunden Und du, Janis Hier ist es jetzt aber aus, aus der Rohmüse So, wenn der aus ist, wird es dann zu mir kommen, das wegen Braten und sowas Jo Gauperauben Noch einmal ein neues Schwert Ähm Mehr Eisen Es würde uns nur noch Dias fähren, dann wäre es die perfekte Reise Hätten wir alles gefunden Hätten wir alles gefunden Aber wir wollen es ja nicht überstürzen Ich bin schon zufrieden mit dem... Nur kein Stress So Ohja Es soll ja kein schnelles Let's Play werden Wir wollen hierher Ganz langsam Durchkommen So Häuschen bauen Vielleicht doch ein bisschen mehr Und Dann Könnt ihr vielleicht entscheiden, was wir noch so bauen sollten Ähm Joa Irgendwelche Mods sind meiner Meinung nach jetzt noch nicht so angesagt Also Ähm Ich würde jetzt noch nicht sagen, dass wir jetzt direkt auf Mods umschalten Sondern Jetzt erstmal an der Vanilla Minecraft bleiben Weil das ist jetzt ja vielleicht ein bisschen überstürzt sonst Ähm Denn Auch die Vanilla Minecraft Welt gibt Viel her Wir haben noch längst nicht alles Entdeckt Aber hier geht es rauf und runter und rauf und runter Eisen, Eisen, Eisen Was ist denn hier? Hast du genug zu vertern? Ja, ja, ich habe noch 3 Steaks Toll Ich habe 10 Ja, aber Steaks bringen ja genügend Und Hühnchen und Schweinesteaks und Brot Und Zuppen, oh ja, ne Ich will da nicht runter, noch nicht So Ja Ja, 20 Goldbohren haben wir schon Sehr schön Sehr schön Können wir unsere Bahn bauen Wie viel Redstone hast du nur gefunden? 3 und 30 Das dürfte reichen Das dürfte reichen Weil man die Gold, äh, also die Antriebschienen muss man ja auch noch anmachen mit Redstone Fackeln und... ... 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